Moin Moin Pyros und herzlich Willkommen zum 1-Millionen-Abonnenten-Spezial! Ich werde jetzt hier böllern ohne Ende! Ohne Ende! Und jetzt geht's hier direkt los! Los! Demon! 1-Millionen-Abonnenten, das muss auf jeden Fall jetzt hier mal belohnt werden! Und zwar mit Böllern! Los, runter damit hier! Das wird... Nein! Bum! 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 Und es geht direkt weiter mit dem 1-Millionen-Abonnenten-Spezial! Ich hab's versprochen! Jetzt wird gepellert! Los! Scream 5! Cipolla So muss es! Eine Million Abonnenten-Spezial, weiter geht's! Extra-Koppa 6 und los! Bis dann an eine Million Abonnenten-Freunde! Jetzt zünden wir einen richtig schönen Demon gegen diese dummen Umkick. Und gleich zuerst macht es auf keinen Fall nach, dass es ein Schadens-Test. Wir nehmen großen Abstand und dann würde ich sagen, geht's auf zur Zündung! Wahnsinns Rauchregen, leider nicht so gut gesehen! Jetzt gehen wir mal gucken, ob alles weg ist. Die Cake hat es komplett zerlegt. Das zeigt, wie stark dieser Böller wirklich ist. Jetzt Scream 5 gegen Schubkarre. Das wird ultimativ. Macht es auf keinen Fall nach, das ist ein Schadens-Test. Okay, schön verlängert und los geht's! Und weg! Das ist ein Schaden! Das ist ein Schaden! Das ist ein Schaden! Ist das noch gut? jetzt gehen wir mal gucken jetzt bin ich echt auf gespannt sicherheitsabstand war riesig und das ist auch gut so mal gucken was passiert ist wo ist sie hinten ist sie das zeigt wie heftig solche böller sind wie gesagt macht das auf das ein aufklärungsvideo zu zeigen wie heftig solche teile wirklich sein können ist auf explosion macht es auf gar keinen fall nach das ein aufklärungsvideo alter schwede das hat ja ganz schön gepufft jetzt sechs mal salut kick das wird saftig lieber ein bisschen länger zu den schnur als zu kurz und los geht's das war doch der hammer das wollte ich schon immer mal machen tubum rülis aufschlag jede menge alles klar let's go ja Pyro! Pyro-Action live! Jetzt geht's los mit den Raketen. Wunderschön von Funke. Hier Pyromax und zum Schluss die Classic. Alles klar und anfangen werden wir mit den Funk-Raketen. Und weg! Boah, die können doch schon was. Jetzt die Funk-Rakete und ein paar No Limits. Los geht's hier. Und weg! Boah, kam die tief! Die kam mal richtig tief. Und noch ein paar No Limits. Und die Limited Edition. Und weg! Boah, das sind mal echt große Raketen, du! Junge, Junge, Junge! Und die kleine Limited Edition. Und eine große. Und danach noch zwei große. Oder alle! Und jetzt weg! So, und jetzt haben wir mal richtig schön alle Shells draufgepackt. Schaut euch an. Das ist doch mal wirklich special, oder? 175 Millimeter. Wir haben eine 6 Inch. Wir haben eine 5 Inch. Und die 4 Inch. 3 Inch auch im Start. Und Colpo 45 Spezial darf auch nicht gemisst werden. So, und wir haben noch eine 4 Inch. Jetzt werden wir mal die Schätzchen hier verladen. Erst die 175 Millimeter. Immer schön Kopf weg über Mörser. Und rein damit. Damit da nichts schief gehen kann. Jetzt die 6er Murmel. Schön rein damit. Ich liebe dieses Geräusch. Boah, 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 boah. Jetzt die 5er. So, wie sich das gehört. Herz, aber lieb's. Und die 4er. Rein damit mit dem Schluckstück. Die 3er darf auch ins Rohr. Schön rein damit. Jetzt die Colpo 45 Spezial. Zack. Und die 4er. Und jetzt geht's wirklich auf zur Zündung. Jetzt haben wir hier richtig schön alles verladen. Und mit Tape Match verleitet. Das wird richtig special wie Wupps. Alles klar. Und dann würde ich sagen, geht's auf zur Zündung. Und jetzt weg. Ja, Mann. So muss das. Danke an 1 Million Abonnenten. Ja, genau. Ja.